Ich bin zurück und mit mir dieser Kaffiol hier. Ah ja, und diese neue Küche. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich am meisten an der neuen Küche liebe. Dass es so weiß ist wie Gandalf, nachdem er vom Barock in die Tiefe gezogen wurde. Flieht ihr Narren! Dieses Set ist fein Gewürzlade, dieses flächendeckende LED-Panel, der Dunstabzug, der alles in sich verschlingt, wobei ich mich ein bisschen frage, wohin der Dunst in den alten Videos verschwunden ist, oder dieser endlos weiche und feingeschliffene Taj Mahal Naturstein. Oh ja, köstlich. Aber Lirum Larum Löffelstil, der Star der heutigen Show, ist ja eigentlich dieser Kaffiol, beziehungsweise das Kaffiol Hamshuka. Gesundheit. Hamshuka ist nämlich ein nahöstliches Gericht, im Prinzip ein Hummus mit orientalisch gewürztem Hackfleisch. Ich mache es heute mit einem Kaffiol-Püree statt Hummus, da er nicht nur gerade Saison hat, sondern so auch für mich ein Low-Carb-Gericht entsteht, welches auf Gemüse basiert. Genug bla bla, den Kaffiol befreie ich jetzt erstmal von allem, was keine Miete zahlt. Warum die Kaffiol-Rösschen schon Miete bezahlen, kann ich euch zwar nicht sagen, warum ich den Kaffiol jetzt aber zerkleiner, hingegen schon. Nämlich nicht nur um seine Kochzeit im Wasser zu verkürzen, sondern auch um ihn nachher in einen Mixer zu bekommen. Während der Kaffiol jetzt jedenfalls auf meinem Herd für 15 Minuten auf mittlerer Hitze vor sich hinköchelt, drehe ich eine Zwiebel auf meinem Brett, bevor ich sie schäle und... Okay, die ist nicht mehr gut. Also während der Kaffiol kocht, fette ich erstmal drei Knoblauchzehen auf meinem Brett, die erstmal einen präzisen Hieb in den Nacken bekommen. Jut-Ov-Schlag! Bevor ich die Schale entferne und sie danach in dünne Scheiben hacke. Außerdem kommen auch noch vier, fünf Cherry-Strauchtomaten auf mein Brett, die ich einfach nur halbiere. Schon erhitze ich einen guten Schuss Olivenöl in meine Pfanne, bevor ich da mein Bio-Rinderfaschirz hineinfetze und die Schale abziehe. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Früchten oder Sojagranulat bzw. Hackfleisch. Während das Fleisch anfängt an der Unterseite eine Kruste zu bilden, verteile ich es in der Pfanne und würze es mit einer ordentlichen Prise Meersalz, also zwei Prisen Meersalz und frisch gemahlen einem schwarzen Pfeffer. Dann kommen auch schon meine Knoblauchscheiben dazu und ein paar Sekunden später gebe ich etwa einen Esslöffel Tomatenmark hinein. Bevor ich mich an meiner Gewürzlade bediene und das Fleisch mit einem Teelöffel Harissa sowie einem halben Teelöffel Kumin würze. Dann ist es an der Zeit, meine Tomaten dazu zu werfen und die Pfanne mit einem Deckel zu schließen. So dünste ich das Fleisch nun für fünf bis acht Minuten. Inzwischen kann ich meinen gekochten Kaffiol abseihen und meinen Mixer aufbauen. Normalerweise schaffe ich das immer auf Anhieb. Ich schwör's. So, jetzt aber. Zeit den Großteil meines Kaffiols hineinzuschmeißen und 100 Milliliter Milch dazu zu gießen sowie ein bis zwei, drei, vier, fünf, sechs, okay, drei Flöckchen Butter hineinzuschmeißen. Das Ganze mit einem Kilo Meersalz oder noch mehr Meersalz sowie frisch gemahlen einem schwarzen Pfeffer und einer ordentlichen Menge frisch geriebenem Muskat, gerieben mit der kleinsten Reihe der Welt, zu würzen. Bevor ich den Mixer mit dem Deckel schließe und die erste Hälfte des Kaffiols püriere, immer wieder mal mit meinem türkisen Teigschaber nachdrücke, dann den Rest dazugebe und jetzt so lange mixe, bis ich ein extrem smoothes Püree habe. Smoothes Püree! In meiner Pfanne hat sich inzwischen eine Umami-Bombe entwickelt. Die Tomaten lassen sich nun ganz einfach mit dem Kochlöffel zerdrücken und sind etwas süßlicher geworden. Ganz wichtig ist auch hier das rote Öl bzw. Fett, welches nachher das Kaffiolpüree verfärbt. Apropos, es ist wohl an der Zeit, das Gericht zu servieren. Dazu lasse ich erstmal das Kaffiolpüree smooth auf meinen Teller gleiten, wo ich es glatt verstreiche. Und darüber kommen zwei Löffel des Verschierten. Und das war's auch schon. Ich möchte eigentlich gar keine Zeit verlieren und es mir in die Figur fetzen. Mit dem Löffel direkt eintauchen und genießen. Das muskatreiche Kaffiolpüree schmiegt sich perfekt an das orientalisch gewürzte Rinderhack. Das Öl verbindet sich gemeinsam mit der Cremigkeit des Pürees zu einer Wunderwaffe. Ein ziemlich einfaches Gericht, aber meiner Meinung nach ein richtiges Comfortfood. Dieses Kaffiol-Hamschucker ist einfach genial. Natürlich lässt sich das Hamschucker mit frischen Kräutern wie Koriander, Dill, Petersilie oder griechischem Joghurt verfeinern. Wundert euch übrigens nicht, wenn die nächsten Videos immer leicht anders aussehen werden, weil die Kamerapositionen noch nicht perfekt sitzen und die ganzen Kästen und Läden noch nicht einmal gefüllt sind. Was mich übrigens dazu bringt, schreibt mir in die Kommentare, was darf in einer neuen Küche ja nicht fehlen. Somit sage ich ciao und bis nächste Woche, ihr Kunstblumen.